Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Stranded 2. Ja, Stranded 2, genau, Diana. Ja, was haben wir gemacht? Genau, wir haben die Feuerstelle gebaut. Yay, wir haben eine Feuerstelle. Und jetzt könnten wir Fackeln bauen. Oder Höhlen-Systeme, Minen. Juhu, Minen. Kisten, Fässer, Gebäude, Bambus, alles möglichen Bullshit. Genau, als nächstes werde ich wahrscheinlich wie immer eine Kiste bauen. Oder zwei Kisten. Oder fünf Kisten. Oder 63 Kisten. Wie oft, weil es einfach nur das Logischste ist zu tun? Das heißt, ich brauche erst mal Äste. Ich brauche erst mal Äste, bevor ich überhaupt irgendwas anderes mache. Äste sammeln. Kokosum? Ne. Banana? Ne. Schade. Äh, na, 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 na. Gib mir Äste, Spiel. Spiel, gib mir Äste. Danke. Aber jetzt kann ich mir nämlich, wie immer, aus diesem Ast und Dingen ein Steinbeil bauen. Aus diesem Ast und Dingen. Ich mache mir am besten gleich mal drei, weil die Dinger so schnell kaputt gehen. Oder vier. Zwei brauche ich noch. So, das heißt, ich würde jetzt Bäume haken gehen. Da kann man vielleicht ein Baumhaus drauf bauen, auch wenn ich keinen Sinn sehe, warum ich ein Baumhaus bauen sollte. Also werde ich jetzt erst mal diese Palme umhauen. Ich hoffe, ich habe gerade keinen Baumstamm aus Versehen zerschreddert. Das kann nämlich sehr schnell passieren in dem Spiel. Wie man gerade gesehen hat, wenn der zwei rauskommen und so einen dämlichen Baumdingen, Palme, dann haue ich mir selber ins Gesicht. Ich finde, weil ich dämlich bin. Oh nein, das ist einfach zu stumm. Okay, es kommt wirklich nur einer raus. So. Wie immer, einfach nur, weil es gut aussieht, haue ich die Kiste hier rein. Ich habe die Baustelle angelegt. Okay, ich brauche noch zwei weitere Mundstimmen und Tonnenbeißer Äste. Wo ist mein Steinbeil? Da ist mein Steinbeil. Ausrüsten. Geht doch. Das Beil ist einfach zu stumm. Genau, und der schmeißt es einfach weg und nimmt in der nächsten Minisekunde gleich das nächste raus. Ja, das ist der Chuck von 2.2. Also. Nee, das treffe ich nicht mehr. Bam. Bam. Komm schon. Geht doch. Oh, hast du. Du kommst mir gerade gelegen. Hups. Oder recht. Ja, du kommst mir gerade recht. So, jetzt brauche ich noch mehr Äste. Nehme ich einfach diesen Baum hier. Geht mir Äste. Äste, 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 Äste. Boah, diese Texturen sind wunderschön. Neh, es ist schon ein recht altes Spiel. Und dafür, dass es mit Blitz 3D kam, ich weiß nicht mehr, wenn wir irgendeinem Blitz-Engine wurden gemacht und, ja. Ist eigentlich recht gut, ich freue mich richtig auf's Tram-A3. Einfach nur, weil es mit einer anderen Engine gemacht wird. Ich habe gerade den Namen vergessen, welcher. Verdammt, ich bin dämlich. Mein Spiel, worauf habe ich mich so freue. Und dann vergesse ich den Namen der Engines. Äh, ich brauche so langsam wieder ein bisschen Futter. So. Jetzt müsste ich genug haben. Oder auch nicht. Liane. Irgendwie erinnert mich das an. Liane. Jugendspiele. Ich weiß nicht mehr, wer ich jetzt. Keine Ahnung, so ganz... Egal, ich glaube wahrscheinlich wieder Bullshit und keine Ahnung, wovon ich rede. Wie immer. Ach ja, bauen. So, fertig gebaut. Äh, hier lagere ich dann Zeug ein, welches ich erstmal nicht brauche. Knochen. Bitterwurzeln. Hier sind Steine, aber halt durch. Goldkraut. Samen. Eine Flasche habe ich auch noch. Stimmt, da kann ich auch noch Süßwasser reinhauen, wenn ich will. Äh, Lianen. Ich glaube, hier werde ich Baumaterial reinhauen. Ja, größtenteils wahrscheinlich. Erste behalte ich Steine auf. So. Ja, jetzt haben wir schon eine Kiste. Sehr schön. Unser erstes kleines Slug. Girlhouse. Ist da hinten ein Löwenfelsen? Wenn ja, bin ich echt am Arsch. Äh, ich hasse es. Ich brauche erstmal Äste. Okay, wir sind nebenbei mein Bastelskill noch erhöhen. Yay. Auf 50, ne? Ja, jetzt haben wir schon einen Schreiner. Sehr schön. 5. Und los geht's. Da hinten scheint ich irgendwie ein Löwenstein zu sein, den ich übersehen habe. Ja, schön einen Löwe rüberholen und ins Gesicht schießen. Die dürften nicht halt so viel aussagen. Außerdem hilft das meinem Fernkampfskill. So, ich doch. Jetzt kann ich schon etwas schneller schießen. Ich brauche etwas Scharfes. Früher sind die Löwen immer explodiert, in meinem Alkengritzblät zumindest. Explodiert im Sinne von ihrer, ja, Beute wurde überall verteilt. Weiß Gott, warum. Oh mein Gott, noch zwei Stück, ernsthaft. Der mit daneben. Treffer. 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 Ich sollte vielleicht mal das Getreide erinnern. Ah, ein Löwe braucht fünf Pfeile. Oh, Fleisch. Nett. Hm. Ups. Nein! 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 Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Spiel tu das nie wieder. Lässt einfach mein Schmetterling fliegen, welchen aus, was ich aus dem Fenster gezogen habe. Also, vier Pfeile? Okay. Das hat geguckt. Juhu! Fantastisch! Lalalala. Keine Ahnung, diesmal schade. Das ist irgendwo, hier muss noch ein Löwenstein sein. Irgendwo. Boah. Ähm. Sag bitte nicht, dass er hier in dem Stein drin ist. Da ist ein Feuersteinfelsen. Ah, hier. Ne, das ist Eisnerz. Wo ist dieser verdammte Löwenstein? Das kann doch nicht wahr sein. Das verstehe ich Löwe spawnen. Einfach so. Hallo, Löwenstein. Spiegel. Hallo? Banane? 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 Ne, leider nicht. Hm. Dies ist ein einzig für kein Löwenstein. Blätter. Orangien. Omnomnomnomnomnomnom. Äh. Äh, ich hab keine Ahnung, wo der ist. Oh, Sternfrucht. Omnomnomnomnomnomnomnom. Hm, hm, hm. Noch eine Sternfrucht. Die werde ich aufbewahren. So, ähm. Ja. Ach ja, was ich noch fragen wollte. Ähm. Oder eher gesagt, sagen wollte. Wenn ihr irgendwelche Let's Play Vorschläge habt. Alles außer Minecraft am besten. Äh. Minecraft ist so eine Sache bei mir. Ähm. Ja, dann schreibt's in die Comments oder so. Keine Ahnung. Ihr wisst zwar, welche Spiele ich habe. Ihr wisst wahrscheinlich gar nicht, welche Spiele ich habe. Und, äh, vielleicht hab ich's vielleicht... Es ist eigentlich relativ sinnlos zu fragen, weil ihr habt keine Ahnung, wie irgendwie spielmäßig es bei mir aussieht. Deswegen. Egal, wenn ihr irgendwelche Ideen habt. Egal, ob ich's habe oder nicht habe. Äh, schreibt's mir in die Comments. Warum nicht? Äh, gibt zwar keinen Sinn, aber tut's einfach. Warum? Weil ich's euch sage. Tut's. Obey. Jetzt. Genau jetzt. Es wird Nacht. Ja. Obey. So. Ähm. Genau. Äh. Äh, ich glaub, ich werd noch schnell ne Fackel bauen. Komm schon, braun rein. Alles. Danke. Schnell ne Fackel bauen. Am besten direkt da. Hier so. So. Kann ich das alles da reinstecken und ne Fackel bauen. Dann haben wir ne permanent Lichtgröde. Sieht zumindest besser aus. Hallo Schildkröde, willst du mithelfen? Yay, Licht. Ähm, ja, ich glaub, das war's dann auch schon mal für die... Äh, erstmal von diesen Part von Stranded 2 Extension Mod Let's Play. Deswegen sag ich einfach mal, schon bis zum nächsten Mal. Bam.